Wow, Eva, schau dir das mal an. Uh, das ist ein Schwimmer. Tänzer. Sven Strubinski. Noch nie gehört. Guten Tag. Sven Strubinski, geiler Rücken. Stärkt Ihnen den Rücken, der Ergonomie-Sitz von Opel. Nur eine von vielen Opel-Ideen, die das Leben leichter machen. Und was kann Ihr Auto? Opel. Wir leben Autos. Wir leben Autos.